Mein Name ist Moritz Zwetz. Ich bin der Geschäftsführer von 089-Gutachten und bin studierter Diplomingenieur für Sachverständigenwesen. Bei diesem Fall handelt es sich um einen Brandschaden, wobei das Fahrzeug von unserem Kunden nicht direkt in Brand geraten ist, sondern durch die Rauchgasentwicklung stark verrußt wurde. In einer Tiefgarage sind zwei Fahrzeuge abgebrannt und haben alle fast 150 Fahrzeuge, die dort in der Tiefgarage ebenfalls bei dem Brand standen, verrußt und verunreinigt. Alle diese Fahrzeuge mussten brandsaniert werden. Bei diesem aktuellen Fall waren die Kosten der Brandsanierung höher als der Wiederbeschaffungswert. Somit lag bei dem gegebenen Fall ein Totalschaden vor. Die Stickoxide, die durch den Brandfall in das Fahrzeuginnere gelangt sind, sind für den jeweiligen Fahrzeuginsassen bis zu lebensgefährlich. Deswegen muss der Gutachter darauf achten, dass eine Brandsanierung durchgeführt wird, die sicherstellt, dass keinerlei Rußpartikel mehr im Innenraum vorhanden sind. Unser Sachverständigenbüro ist spezialisiert auf Brandschäden. Wir haben in den letzten Jahren diverse Tiefgaragenbrände begutachtet und ebenfalls viele Fahrzeuge hieraus aufgenommen.